Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf BVB Inside zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Nach dem Aus in der Europa League und den darauffolgenden Täuschungen 1 zu 1 im FC Augsburg hat sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Borussia Dortmund zur Brust genommen. Der TV-Expert erwartet im Sommer einen deutlichen Schnitt beim BVB. Ich mag Borussia Dortmund wirklich. Das ist ein super Verein mit allem, was man sich als Fußballspieler und Fan dieser Klubs nur wünschen kann. Fähige Leute in der Führung mit den besten Fans auf der Welt und ein unglaubliches Stadion. Aber viel mehr Nettigkeiten fallen mir aktuell nicht mehr ein, erklärte Matthäus in seiner Kolumne bei Sky. Das Einzige, dass der BVB in der aktuellen Saison errungen habe, sei ein ganz besonderes Triple gewesen. Ärzte der 60-Jährige. Das peinliche Pokalpleiten-Triple. Dass man aus allen europäischen und nationalen Pokalwettbewerben kläglich ausgeschieden ist, ist für Matthäus schon schlimm genug. Dass man sich in der Bundesliga mit Platz 2 hinter dem FC Bayern zufrieden gäbe, aber kaum noch verständlich für den ehemaligen Top-Fußballer. Selbst der Tabellen 15. der FC Augsburg hat mehr für das Spiel gemacht, als eigentlich so feinen Fußballer vom Borussia Dortmund. Für Matthäus ist klar, dass nach der Saison ein klarer und sauberer Schnitt gemacht werden muss. Sollten die BVB-Bosse in der Analyse zur Erkenntnis kommen, dass Renan Mark Rose noch der richtige sei, so der 60-Jährige weiter, dann muss man sich von 4-5 Spielern verabschieden. Konkrete Namen nennt Matthäus dabei nur zwei und fragt sich, bringen die Allstars, Mats Hummels und Marco Reus, diese Mannschaft wirklich noch voran oder muss man sie respektvoll und anständig verabschieden? Denn für den Default-Experten ist klar, dass er vor allem wie Borussia Dortmund mit solchen Möglichkeiten, so viel Know-how und genügend wirtschaftlicher Stärke den Anspruch haben muss, über 34 Spieltage um Titel zu spielen. Dass die Stars nicht auf ihre Leistung abliefern, liegt laut Matthäus auch in den Verantwortlichen. In meinen Augen machen die Bosnien-Angestellten zu wenig Druck, konstatierte er. Beim FC Bayern hingegen gäbe es die Reibung, die dann zu fruchtbaren Ergebnissen führe. Das ständige Inwattepacken der hochbezahlten Dortmund-Stars und auch des Trainers dürfen jeweils nicht weitergehen, steht von Matthäus fest. Man muss über Reus, Hummels, den Trainer und weitere Spieler nachdenken, betonte der Vorexperte und fügte an. Vielleicht ist ein Neuanfang das Beste. So als die Meinung von Lothar Matthäus, eure Meinung dazu, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.